Die Lage Pinon befindet sich oberhalb von Margreit auf rund 500 Metern über dem Meeresspiegel. Diese exponierte Höhenlage und die kalkreichen Lehmböden bieten wunderbare Wachstumsbedingungen für den Weißburgunder. Dieser Pinot Bianco wurde ausschließlich aus dieser Einzellage gewonnen und im Edelstahltank ausgebaut. Daraus ergibt sich ja ein feinfruchtiger, frischer, mineralischer und hocheleganter Spitzenwein.